Na alle zusammen, hier ist wieder euer Thelah und Töchter für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute also ein kleines Guidevideo präsentieren. Heute soll es um eine Ruffraktion gehen und zwar sind wir jetzt hier einmal im Azurblauen Gebirge. Und ihr seht schon, wir sind hier bei den Furboigs und dort haben wir eine Ruffraktion und die schimpft sich Winterpelz Furboigs. Mittlerweile können wir jetzt mit Patch 10.0.7 die Fraktion auf airfrechtig hochbekommen und wie das geht bzw. was es dann auch an Belohnungen gibt, will ich euch jetzt mal zeigen. Als allererstes solltet ihr wissen, dass man schon mal ein paar Sachen erfüllen konnte über Sidequests, die man braucht, um dementsprechend hier das Ganze jetzt mit dem Patch weiterzumachen. Da wurde mir jetzt im Stream hier eine Seite gepostet auf Mana Crew. Die haben da schon ganz gut die Quests zusammengefasst und da werden wir jetzt ein bisschen durchgehen und uns das anschauen. So, als erstes schauen wir uns die Sachen an, die es quasi schon gab, bevor jetzt der Patch 10.0.7 live gegangen ist. Und zwar haben wir da insgesamt drei Questreihen, die wir brauchen. Wir haben einmal die Questreihe Rostkieferbau, dann haben wir die Questreihe Winterpelzhöhle. Das erste sind sechs Quests, das zweite sind vier Quests und dann, wenn ihr diese beiden Quests erledigt habt, dann gibt es quasi noch zwei Quests vom alten Grimmhauer. Und wo sich die befinden, haben wir hier auch schön in der Map. Also wir haben hier die Winterpelzhöhle, da ist quasi der erste Spot. Dann haben wir den Rostkieferbau, da ist der zweite Spot. Die müsst ihr beide vorher erledigt haben, die Quests rein. Und dann kriegt ihr die dritte, alter Grimmhauer, das sind dann nochmal zwei Quests. Und die Quests heißen dann, können wir uns das einmal angucken. Hier das erste ist Gebrochene Traditionen und die kriegen wir von Gnarz. Das ist der Kollege, den wir dementsprechend quasi in diesem Rostkieferbau haben, also hier unten. Dann die zweite Questreihe, die wir brauchen, heißt Aushöhlung. Und das kriegen wir von Sonova Schneeweh, so heißt der. Und der ist quasi in der anderen Lokalität. Und dann als letztes haben wir dementsprechend dann den alten Grimmhauer. Das kriegen wir aber erst, wenn wir die anderen beiden fertig haben. Und das sind dann nochmal zwei Quests. Und das kriegt man dann dementsprechend hier beim alten Grimmhauer auf den Koordinaten 59, 35. Wenn ihr das gemacht habt, dann seid ihr auf 2050 von 3000 unfreundlich. Das sind halt die Sachen, die wir alle erledigen konnten, bevor wir jetzt dementsprechend mit dem neuen Patch loslegen. Also das konntet ihr schon erledigen mit 10.0, mit dem Start der Expansion. Jetzt ist es so, wenn ihr das vorher gemacht habt, habt ihr vielleicht mit eurem Char gemerkt, dass ihr eine Post bekommen habt. Und zwar haben wir da Sonovars Bitte und mit diesem Brief werden wir an einen bestimmten Spot geschickt. Und zwar einfach wieder hier unten in das Lager, was hier unter unserem Lager von den Furborgs liegt. Und hier haben wir jetzt dann ein paar Quests, die wir bekommen. Wenn ihr diese Quest erledigt habt, das sind auch wieder 5, 6 Quests oder so, dann schaltet ihr hier oben den NPC frei. Und zwar sind wir jetzt in der Winterpelzhöhle und dort haben wir jetzt den Kollegen stehen. Da steht schon einer mit seinem Drachen drauf. Da ist der Zwerg unter dem Drachen. Da seht ihr ihn durchschimmern. Und bei dem können wir jetzt gewisse Items abgeben. Und was machen die Items? Die erhöhen nicht direkt den Ruf, sondern die erhöhen die Sprache bei den Furborgs. Und zwar gibt es da auch ein Achievement. Erreicht 100 Fertigkeitspunkte in der Winterpelzsprache, damit ihr mit den Winterpelzen sprechen könnt. Und diese Items, die wir farmen müssen, funktioniert folgendermaßen, dass wir da verschiedene Primalisten im Gebiet umhauen müssen. Jetzt gucken wir nochmal, wie die Dinger heißen. Genau, wieder erlangt der Furborg-Artefakt. Das Zeug müssen wir farmen. Und immer 5 von diesen Teilen können wir dementsprechend beim Abgeben und kriegen eine Fertigungsstufe hoch. Es ist so, dass es in... Oder ja, so, ne? Also Fertigungsstufen von dem Sprachverständnis. Jetzt ist es so, dass es verschiedene Spots gibt, wo wir diesen Stuff farmen können. Also ihr könnt es zum Beispiel hier bei so Primalisten farmen, die müsst ihr davor auch schon für die Quests töten. Ihr könnt es hier unten in Imbu zum Beispiel farmen. Oder ihr könnt es auch in Vaktros farmen bei Elite-Mobs. Und die Elite-Mobs droppen wesentlich mehr. Also ich hab's... Von den normalen Mobs kriegst du mal 1 oder 2, wenn's gut läuft. Da pullst du relativ viele zusammen, kriegst du mal 2, 3. Und hier bei diesen Elite-Mobs kriegst du eigentlich fast immer 7 Stück auf einmal. Gut, ähm, wichtig ist, diese Elementare droppen es nicht, sondern nur diese Ritualisten, ne? Oder Ritualspäher, wie die heißen. Diese ganzen Mobs hier, wenn ihr die einfach zusammen pullt, dann kriegt ihr da relativ viele. Ich glaube, ich hab in einer halben, dreiviertel Stunde, hab ich, äh, die 500, die benötigt werden, zusammengefarmt. Und das ist eigentlich das Beste. Wenn ihr natürlich sehr wenig equipt habt, dann haut ihr vielleicht lieber die Non-Elite-Mobs zusammen, ne? Aber, äh, ich meine persönlich, dass das die, dass das quasi die besten Mobs sind. Ihr braucht 500 von diesen Items, um dementsprechend, ähm, ne? 100 von den Rufpunkten zusammenzukriegen. Und dann habt ihr nämlich dieses, ähm, ja, oder dieses, ja, diese Fertigungspunkte sind das, zusammenzubekommen. Um dementsprechend dann, äh, weitere Quests zu kriegen. Es ist nämlich so, alle 25 von diesen, ähm, Fertigungspunkten kriegt ihr eine neue Quest-Reihe. Es gibt vier Quest-Reihen, die ihr absolvieren könnt. Das sind immer fünf, sechs Quests um den Dreh rum. Und am Ende dieser Quest-Reihe kriegt ihr dementsprechend immer eine Rufstufe hoch, ne? Also ihr kriegt immer so viel Ruf, wie eine Rufstufe ist. Also ihr seid am Anfang auf unfreundlich. Dann kommt ihr damit auf freundlich, wohlwollend, respektvoll, ehrfürchtig, ne? Und ihr kriegt auch immer Belohnungen. Ich hab die mal aufgehoben bei der ersten Quest, bei 25 Fertigungspunkte, kriegt ihr quasi hier ein Schmuckstück. Bei der nächsten, bei insgesamt, ähm, 50 kriegt ihr die Brille. Bei 75 dann nochmal ein Schmuckstück. Und bei 100 kriegt ihr ein, ähm, Spielzeug dementsprechend. Also wir haben zwei Spielzeuge, zwei Schmuckstücke. Und ja, das ist es eigentlich schon, wie ihr den Ruf farmen könnt. Ihr könnt bei dem Kollegen hier auch noch ein anderes Item abgeben. Ähm, das hab ich auch ein, zwei Mal nebenbei beim Farmen gekriegt. Das droppt anscheinend von den, ähm, gleichen Mobs. Heißt, äh, ja, im Endeffekt, ihr braucht wahrscheinlich ein bisschen weniger als diese 500 von diesen Items, von diesen Artefakten. Wenn ihr den anderen Stuff auch noch bekommen habt. Aber, ähm, wie gesagt, farmt einfach die Asiate-Artefakte und gut ist das Ding. Jetzt können wir noch einmal zum Händler gucken. Und zwar ist es der hier. Und, ähm, hier ist es jetzt so, dass es ein paar, ähm, T-Mock-Items gibt, ne. Die sind auf Battle.net-Account gebunden. Heißt, wenn ihr es mit dem Char nicht lernen könnt, könnt ihr es auf einen anderen Char schicken. Dann haben wir einen Streitkolben. Dann haben wir einige, ähm, Drachenreitglyphen. Also, die ihr dementsprechend lernen könnt, um das Aussehen eurer Drachen zu ändern. Dann haben wir ein Schneiderrezept. Ei. Dann haben wir hier nochmal ein konsumetisches Ding. Ein Toy haben wir hier noch eins. Dann haben wir quasi, ähm, noch ein Kochrezept. Ein Pet haben wir. Noch mehr von diesen Drachenreitmanuskriptdingern. Und, ja, übrigens, ähm, wenn ihr das Problem wie ich jetzt hier habt, dass ihr dementsprechend kein Schneider seid. Ähm, hier steht übrigens auch dran, äh, jetzt steht es, glaube ich, nicht mehr dran, aber wenn ihr die Voraussetzungen nicht habt, steht dran, dass ihr dementsprechend nur mit einem Char auf eurem Account den Ruf hier oben haben müsst. Und dann könnt ihr es auch kaufen. Bedeutet, ich habe jetzt zum Beispiel einen Hexer, der Schneider ist. Ich müsste jetzt hierher fliegen können, obwohl der den Ruf nicht hat, kann ich mir wahrscheinlich trotzdem das Rezept kaufen. Genau. Und, ja, dann sind wir jetzt eigentlich durch mit diesem kleinen Rufguide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich helfen. Sollten noch Fragen übrig geblieben sein, schreibt es gerne in die Kommentare. Und, ja, dann, ähm, wünsche ich euch viel Spaß beim Rufnachfahren in Eutila. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.